so ich denke mal das wird jetzt die letzte mission sein die wir haben weil sei mit einem freund in den letzten 20 denke mal das kriegen wir alle hin ich weiß nicht ob ich dafür extra ein video machen muss aber führe einen neuen start bei einem teammitglied durch da gehe ich dann doch ein bisschen näher drauf ein wir gehen wieder in teammodus und dann erkläre ich auch gleich was wir dann machen müssen wenn es dann funktioniert in der runde wie gesagt kann man nicht immer sagen aber muss im du sein oder teammodus so dann noch mal bedanke ich mich natürlich für 140 abonnenten für die ganzen aufrufe vor allem ich hätte nie gedacht dass ich so schnell ein video krieg fast 1000 aufrufe hat erstmal großes dankeschön an alle deshalb mache ich das halt auch mit dem 10 euro quote da unten klar bis jetzt verdiene ich an youtube nichts aber ich gebe gern schon jetzt was zurück weil ich merke halt einfach es ist interesse da so ihr wisst ja ladebildschirmzeit ist like zeit kommentiert zeit wenn du kein abonnent bis ich dir aber schon tausend mal jetzt helfen konnte ganz übertrieben gesagt dann jetzt abonnieren so wenn du wissen willst wenn du ganz neu bist und wissen willst was unten mit dem code auf sich hat einfach eine video beschreibung reingucken da habe ich ein extra video gemacht wo du genau sehen kannst wie du gewinnen kannst den code knacken kannst einlösen kannst sollten immer noch fragen sein dann einfach in die kommentare schreiben so jetzt gucken wir mal ob wir das hier hinkriegen mit denen aber die aufgabe ist eigentlich so simpel wie sie auch da steht einfach sobald einer gestorben ist also nicht genockt ist sondern wirklich tot ist ab die karte einsammeln damit zum busrennen neustart aktivieren gedrückt halten warten bis die zeit durchgelaufen ist und warten bis der gegner bis der mitspieler wieder neu in der welt ist mehr ist es eigentlich nicht so die frage ist nur kriegen wir das hier jetzt auch hin ich meine ihr könnt im duo so machen dass ihr eigentlich müsste es gehen extra sterben lassen quasi die zeit wenn die abgelaufen ist dann die karte einsammeln und dann zum bus rennen eigentlich müsste das gehen das war quasi ein bisschen gescheatet aber warum auch nicht so ich gehe mit ihm hier zusammen hin er hat schon eine waffel ich habe wenigstens schon mal eine pistole hatte user gelandet steuern gehörte ich gelandet ist was legt das sind komm hier hoch hat er sich ausgelobt ah da ist die karte wo ist er ah da drüben ist action ich will direkt die karte schmeckt so ihr müsst dann diese karte nehmen so wie ich das jetzt gemacht habe auf krampf dann hier hin am besten ich gehe mehr hinten hin vier gedrückt halten schweiß es dauert so jetzt kommt er zurück auf die welt da kommt er und da ist er wieder so alles gemacht wie sie so unami youtube abo dankeschön so ich bräuchte jetzt mal hier ein bisschen leben ja ja alles klar ja 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 ich komme ja schon das geht auch noch mal sicher gehen wir mal lieber rein wie ihr gesehen habt insgesamt haben wir jetzt vier kills gemacht und ich habe bei keinem einzigen kill geholfen wenn du so willst deshalb immer knocken und der andere muss dann killen aber bei mir war das problem der eine hat sich direkt ausgelockt mal gucken ob hier noch was ist falsch ran hier liegt aber auch kein bluelife nichts rum nix einfach tote ecke hier ah ich komme ja toll ja das macht sinn achso ja du hättest trotzdem schon dings machen können jetzt erwarten können ja mini bringt mir nichts mehr ah thank you scheint ja mal eine gruppe zu sein mit dem echt spielen können jetzt bin ich voll ich bin voll jetzt okay ich bin voll ich bin satt jetzt will ich immer runter springen ich weiß nicht warum immer dieses bedürfnis nach selbstmord ich weiß jetzt auch anders runter gehen können aber ich hab halt noch die hoffnung dass ich einen mp finde was leckt das denn hier so extrem ist hier noch eine kiste jungen was ist denn hier mit dem dings los in der verbindung hier sind gegner lex des todes kommen schon nach unten sinnvoll da ein kleines kind ich komme nicht runter mama hier ich werde ich werde euch wieder geholt weil es eine stunde braucht es zu gehen bis ich bei ihnen bin das war schon mal gut dass wir die aufgabe direkt was ist denn los also an mir liegt es nicht ich fuhre mal direkt rum kann man jetzt eigentlich markieren oder nicht doch kann man weil gerade der uni dem fehlenden halbes leben ein viertel wollte jetzt echt hier rein oder alles okay so war das so boah ey was leckt das denn so so toll oh nice aber kein empfiegel oh doch diese necks ey das ist doch abwarten zu schämen was ist da los? was legt das denn jetzt hier so hart? boah, was liegt denn hier alles noch für ein Glut? jumppad habe ich gesehen man muss das so ekelhaft legen ey das ist fast nicht mehr spiel, weil echt was ist das so ein ZOMB Na komm Leute, bring doch was Es gibt keinen Fallschirm? Die Aufgabe wäre echt mal ganz einfach zu machen Aber das heißt einfach, es ist halt Glück Du musst quasi halt direkt am Bus sein im Prinzip Warum das hier gerade so lag, echt keine Ahnung Ich will auf jeden Fall die Falle da noch mitnehmen Ich will auf jeden Falle da noch mitnehmen Komm, ich bleib doch mal stehen Na toll Zack, einmal schon mal genockt Natürlich muss es jetzt lag Zack, den schon mal weggeholt Mann, das ist halt so legen muss das ist ja abartig hier Schlimm, ich hab noch mal zwei Schuss Noooon, ich lege mich nicht mehr Wie soll ich denn so irgendwas treffen ey Ja ja ja, ich stelle die Ah toll Sie sind ja alle hingekommen Ach toll Mann, wenn das nicht laggen würde ey Mann, das ist doch ärgerlich das hier Gleich mache ich den Kontroll aus dem Fenster echt Mann, ich könnte ja auch mal ein bisschen Leben wieder aufbauen Ja toll, zwei Kills Mehr aber irgendwie auch nicht Ich will aber auch jetzt nicht sterben, nur weil ich hier rumlege Eigentlich leben wir jetzt nur zwei Leute Dieses Geläge ey, echt 是 Das ist das Schirr Das ist hier grad echt unspielbar, ohne Quatsch. Kann ja eigentlich nichts mehr werden, aber es wird definitiv ein Sieg. Schon mal GG, außer es ist keine Ahnung, Ninja. Liegt der jetzt echt nochmal weg? Da leckt mich doch am Arsch. Och was hat er denn vor? Versteckenspielen oder was? Na komm, mach den Sack zu. Yes. GG. Ich hab schon Sieg geholt, aber nur zwei Kills. Warte mal, sieht man die Aufgaben noch? Doch, da oben sind sie. Ja, zwei Stück nur. Ich mein, ich hab zwar vier Kills gemacht, aber... So, dann hoffe ich, ich konnte euch auch damit helfen. In dem Sinne, mit dem schönen Sieg. Haut rein! Ciao! Ciao!